da sind hier jetzt kommt der Fall in der Rede und ich würde sagen schönes Spiel egal wer jetzt gewinnt nur für so beide Gewinner auch und da war es nicht mehr zu verlieren und das ist nicht klar ist und nicht ernsthaft hihihi d Scheiße Quid, ja natürlich Hm Rexo Oh da ist es schneller Yeah Toh Fuck Psy, okay Ah Das hat ja bestimmt so Donder oder so Klo Scheiße Knoch Oh, der alte Kampf Rassierblatt Hä? Kedo ist schon sehr glücklich, ne? Ja Bisschen Jo, läuft bei dir Äh Donner Ja, fuck Na tot Hm So, jetzt können sie kein Dick mehr machen Wieso? Wieso? Hm 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 Tzern die Ach du hast immer hier, Robas Begebracht Ja Hm Hm No, it's a lot of no, 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 fuck Critical Ja Genau Hm 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 Wie Ach das ist Die Psy, wie Team Ha Rocky 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 Haha Wenn du Psy-Anna down machst, hol dich Bürger raus Wir sind zu optimistisch Haha Aber pessimistisch Blizzard Noin Das gibt's nicht Hm 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 Geil � 940,940 Hoh Fire Blast, hoffentlich nicht, One Shot Yeah Hoffentlich nicht One Shot Nein, fuck nicht wenigstens spannend was ist spannend und ganz witzig Joachim jetzt kann ich vielleicht noch das will ich das will ich jetzt ist du aber nicht treffen und ich müsste Kritiker haben oder du machst wieder Frozen du musst du blizzard aber auch noch mal treffen die die Kritiker das ist das soll ich sagen wofan das Spiel ist schon geil ganz sicher neben mir stellen ganz cool so ist es nicht jetzt ganz unten angefangen so und unsere Gruppen an so leute ich muss jetzt noch mal das erklärt der Poké Liga wenn man auf dem Spiel die Poké Liga verkackt was kann 6 nicht mehr in die Poké Liga rein das hieß nicht auf jeden Fall nein Prozent weil es werden die nur Folgen gewesen wo ich gnadenlos verkacke jedes Mal so auf jeden Fall sehr spannend es war witzig was kann ich ja die Europäer kommen das Spiel an sich wenig Neues dafür kann man es ja mit mehreren Spielen es gab zwar lang abliegen Phasen würde ich jetzt mal sagen aber es war auch mal ganz witzig weiß ich erinnere mich erinnere mich gerade als wir dann an der Bastia angefangen haben mein Tod ist ein Dura-Kaffekt das reicht mir richtig so also von Schulnoten würde ich dem Spiel 2 minus und 3 plus geben also für Pokémon Lieferber auf jeden Fall was für andere eigentlich nur mal testenswert und ja ich hoffe es hat euch gefallen demnächst kommen neue Let's Plays willst du das schon mal sagen ja also ich werde ein Pokémon Hack auf der Basis von Smaragd machen das Spiel heißt Pokémon Flora Sky könnt ihr mal vorbeigucken ich habe auch ein Pokémon Hack das heißt also kein Hack kein Room ein richtiges Spiel Pokémon Mondweiß ich hab's noch nicht gezockt aber ich schätze mal es wird sehr spannend und wir werden als Multiplayer Let's Play ich würde es nicht sagen Star Wars The Old Republic Let's Play wie gesagt wir haben es schon auch er oft erwähnt wir sind pleite aber wenn es euch gefallen hat abonniert uns bleibt uns und ja guckt vorbei und dann würde ich sagen Ciao Leute bis dahin